So, das ganz kleine Babygehege, was wir jetzt notdürftig erst einmal hergestellt haben. Hallo, das ist mein Purzelchen. Hallo Purzel. Ja, Purzel ist in Spiellaune. So, und jetzt habe ich das allererste Mal die kleine Püppi mit draußen. Die ist noch total verängstigt, auch ganz unsicher. Ah, das ist jetzt die erste Begegnung. Hier draußen mit Purzelchen. Ich kann nur hoffen, dass Purzel seine Spiellaune für den Kontakt nicht verdirbt, aber ich glaube nicht. Er ist ja lieb. Na, auch Jöchen. Von hier aus haben sie schon den ersten Kontakt rüber ins große Regehege, dass sie die großen Rehe schon mal ein bisschen beschnuppern sehen und gucken können. Ist jetzt aber keiner da. Und hier können sie dann zwischenzeitlich immer ein bisschen, ja, schon mal laufen, in der Sonne liegen, sich begegnen, die zwei. Nun warten wir mal ab, was das mit dem Bein hier draußen wird. Oh, jetzt sind wir Angst. Also hier geht es nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017